Komm mit auf einen Rundgang durch unser schnuckliges Sanitär. Gleich nach dem Eingang findest du die Spülbecken. Spülmittel, Desinfektionsmittel und Küchentücher stehen für dich bereit. Per digitaler Anzeige kannst du die Temperatur des Wassers regeln. Unsere Kaffeepadmaschine, der Wasserkocher und die Mikrowelle, sowie die Waschmaschine und der Kühlschrank runden das Küchenangebot ab. Am Maltisch gibt es Stifte und Mahlvorlagen. Das Lüngscamp wurde 2022 mit dem Campside Award zum Thema Nachhaltigkeit mit dem ersten Platz belohnt. In der Kategorie Geheimtipp und Camping mit Hund belegten wir den zweiten Platz. Im Flur zu den Toiletten und Duschen findest du zahlreiche Prospekte, Ausflugtipps und unsere beliebte Spiele-Sammlung zum Ausleihen. Unser Sanitär entstand aus einem alten Tennis-Club-Heim. Entsprechend schnucklig und klein ist es angelegt. Alles, was du für eine gute Hygiene benötigst, ist vorhanden. Unsere liebevoll mit Schleifchen verzierten Toilettenpapierrollen sind inzwischen ziemlich berühmt. Hey, ich verrate dir was. Das sind nicht alle Toiletten. Im Feenwald gibt es noch unser nachhaltiges Biosanitär. Aber pssst, komm, ich zeig es dir. Im Biosanitär gibt es vier weitere Toiletten und zwei Pesuhas. Das Wald im Raumkonzept ist etwas ganz Besonderes. Nahe am Beispiel der Natur findest du hier wasserlose Toiletten. Kaum zu glauben, doch mit Rindenmulch bedeckt entstehen keine Gerüche. Die Gerüche unserer Toiletten entstehen durch die Verbindung mit Wasser. Bei wasserlosen Toiletten findet keine Geruchsbildung statt. Überzeug dich selbst. Begleitet von einem Gefühl der Natürlichkeit trägst du hier etwas dazu bei, unsere Umwelt und unsere Wasservorräte zu schonen. Am Ende des Flurs steht eine kleine Leihbücherei zur Verfügung. Dort kannst du Bücher ausleihen oder tauschen. Unsere Gäste berichten immer wieder, dass man sich in unseren Badezimmern wie zu Hause fühlt. Dank des tollen Tipps eines Gastes haben wir diesen Duschplan installiert. Du reservierst mit kleinen Wäscheklammern deine ganz persönliche Duschzeit. So gibt es kein Schlangestehen und die Duschkabine ist für eine halbe Stunde deine. Durch unser auch hier vorhandenes Hygieneangebot kannst du die Dusche sauber und ordentlich für den nächsten Gast hinterlassen. So macht das Miteinander richtig Spaß. Auch an die Kleinsten haben wir selbstverständlich gedacht. Denn die Wickelzeit soll natürlich zum Erlebnis werden. Mit spannenden Spielen und Bildern. Im Herrenbad findest du außerdem zwei Wäscheständer, um deine frisch gewaschene Wäsche aufzuhängen. Das Wäschewaschen ist bei uns übrigens inklusive. Ebenso wie die Duschen. Bei uns gibt es ganz bewusst kein Markensystem. Über dem Duschplan hängen für jeden Gast zwei Wäscheklammern. So kannst du die nächste und die übernächste Duschzeit für dich reservieren. In den wärmeren Monaten bieten wir auch noch ein anderes außergewöhnliches Duscherlebnis. Unsere Fliegenpilz-Outdoor-Duschen befinden sich beim Wellness-Tipi. Für jeden unserer Stellplätze stehen zwei Duschbeutel bereit, die du mit kaltem Wasser befüllst und in der Sonne platzierst. Sobald das Wasser mit der Sonnenenergie erwärmt wurde, kannst du die Outdoor-Duschen nutzen. Auch hier gibt es eine Dusche für Damen und eine für Herren. In unseren Outdoor-Duschen steht für dich biologisch abbaubares Shampoo und Duschgel bereit. Es ist mit Sicherheit ein besonderes Duscherlebnis, das man nicht alle Tage erlebt. Die Outdoor-Duschen sind ein Beitrag zu dem, was wir uns als Ziel gesetzt haben, die natürlichen Ressourcen der Erde zu nutzen und wertzuschätzen. Schön, dass du mich begleitet hast auf der Tour durch unser Sanitär. Buche jetzt deine Auszeit auf www.lynx.camp. Wir freuen uns auf dich.